hallo ihr lieben und ganz herzlich willkommen im heutigen video geht es uns um die situativen items eines controllers also eines supporters und da schauen wir einfach mal rein und da haben wir am anfang direkt items die ihr schon kennt und da steht ganz ganz oben ist da sortiert das kurz und das könnt ihr bauen um mehr lauftempo zu bekommen ich habe es im letzten video erklärt deswegen gehe ich darauf jetzt nicht groß weiter ein ihr bekommt lauftempo für euer team ihr kriegt selber mana und es gibt euch es ist ein utility item was euch alles gibt was ihr braucht und eurem team und das kann man einfach auf dem genre sieht man das ganz gerne da kann man das zum beispiel picken es gibt noch ein paar andere champions rabatons ist das go to full ap item also wenn ihr zum beispiel einen ap bild geht zum beispiel mit loks baut ihr vielleicht manchmal diese items manchmal auch das auf anderen ap champions dann und wenn ihr echt gut dabei ist ihr könnt den rabatons bauen und denkt dran wenn ihr halt zeit holt euch dark ziel early denn wenn ihr gut zeit und mehr kills holt und nicht sterbt könnt ihr jetzt auf medias upgraden und die synergie zwischen medias und rabatons habe ich ja schon erklärt die ist legendär die beiden items in kombination geben euch so viel ap das habt ihr noch nie gesehen 430 ap beide items zusammen 330 entschuldigung ein bisschen viel und deswegen solltet ihr beide auch kaufen also wenn ihr wenn ihr so erhält sein wenn ihr bier wenn ihr irgendwann die stacks nicht mehr halten könnt dann verkauft wie der taxi das item und holt euch dann was besseres manche supporter haben der mit over time abilities und die lieben realize also wenn ihr ap champions seid könnt ihr auch das bauen randuidens ist ein tolles item und ist dasselbe wie das also wenn ihr hält seid als tank oder einfach wenn ihr einfach den zusätzlichen movement suite braucht macht es dasselbe wie shureyas mit dem unterschied dass es ein egoistisches gegenstand ist und er nur für euch funktioniert und nur wenn er auf gegner zuläuft können das quasi nicht immer einsetzen das ist der nachteil von diesem item leider ja genau dieses item ist auch ein sehr aggressives item wenn ihr armor und mana braucht für tanky supporter es gibt euch auch den spellblatt effekt also noch mehr schaden ein gutes schaden item und es bleibt ihr bleibt trotzdem tanky dieses item kann man auch defensiv bauen auf einigen support mages wenn sie behind sind hat das beliebteste ist dann immer noch sonja's hourglass vor allem auf so champions wie morgana ist das gern gesehen da könnt ihr sonja's hourglass bauen das ist sehr beliebt es gibt euch api es gibt euch tankiness also rüstung ja das ist so und diese op aktive die man auf manchen champion einfach braucht deadman's plate ist auch eine option wenn ihr rüstung braucht auch gerade auf solchen champion weil ihr auch noch mal schaden stackt also gibt euch auch noch mal schaden wenn euer team wirklich intet und keine und ihr braucht antiheal und euer team hat kein antiheal kauft euch bramble west eigentlich seid ihr als supporter nicht darauf angewiesen aber manchmal ist es zu wichtig antiheal zu haben und da ist auch die bramble west hier vollständigerweise nochmal aufgelistet ich erwähne nur vieles und deswegen werden die videos jetzt auch kürzer weil ich sehr viel schon in anderen videos gesagt habe schaut euch die videos einfach an frozen heart ist ein item was man auch wenn schaden dann bauen kann wenn man gegen sehr viel adl schaden kämpfen muss weil man bekommt super super viel flat armor soviel hat kein anderes item 110 armor wurde ja sogar gebufft weil es ein es baut immer noch keiner es gibt euch cool am reduction und mana und es lauten auch gegner in tech speed das ist so op solltet ihr bauen macht euch super tanky auf die items werde ich jetzt nicht eingehen die dreien weil wir die haben wir schon beim letzten mal gecovert ich geh jetzt noch auf dieses item ein das hat mir auch schon gecovert die stone plate ist auch geil um noch tankier zu werden wir jetzt einfach doppelt zu tanky und da gibt es noch das banshee's wählen und das ist gut wenn ihr spells auf euch selber blocken müsst allerdings das ist besser weil ihr da auch eurem noch einem verbündeten schützen könnt aber wenn ihr zum beispiel der carry seid dann geht es vielleicht auch manchmal um den banshee's nicht drumrum kann man auf jeden fall dann auch bauen das sind so die item die man auf den meisten champions sieht manche bauen nashos manche bauen sogar rapid fire cannon einfach wenn du auf auto tags basierst kannst du auch das gehen als der mit champion viele lieben es den kirche als schad zu bauen also dieses item hallo das einfach weil sie dann wenn sie laufen ähm damage stack mit ihren auto tags nochmal magischen schaden um drauf hauen und er ist nicht schlechter wert deswegen bauen das viele hier 80 bonus magic damage das ist sehr viel und bauen danach das um tanky zu sein und da bekommen sie auch noch schaden wenn sie dann durch gegenlaufen was angreifen das synergiert super miteinander das ist auch eine synergie die ich nochmal zeigen wollte das war ein sehr kurzes video es sollte es aber auch gewesen sein zu dem ich bin hier fleißig am vorproduzieren dann merkt es vielleicht aber das soll es gewesen sein ich hoffe es war ja für euch ich wünsche euch noch einen wunderschönen abend und wir sehen uns dann nach meinem urlaub wieder das letzte video und wenn ich aus meinem urlaub wieder komme gibt's clash bald am freitag am samstag und am sonntag gibt's clash ihr seid alle eingeladen ich wünsche euch noch einen schönen abend das findet ihr auf twitch tv.g ich wünsche euch noch einen schönen abend machs gut tschüss